Musik Hi, ich bin Fotograf und mache spontane Street-Fotography. Ich zeige euch mal, wie das ausschaut. Ich habe immer so ein paar Bilder auf dem Handy dabei. Ja. Vielleicht freuen die euch nicht. Oh, einfach stehen bleiben. So. Ja. Alles gut. Ich bin einfach ein bisschen zusammen. Das ist ja vergestellt mit mir zusammen. Nee? 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 Was machen wir denn jetzt? Schaut mal so ein bisschen in die Richtung. So, ihr habt ein sehr schönes Lächeln. Ich finde, das Lächeln ist immer das Wichtigste an einem Foto. Ich mache auch mal eins und eins. Schaut mal ein bisschen in die Richtung. Ich sage das in die Richtung, weil das vom Licht ganz schön ist. Ja. Schaut euch nochmal gegenseitig an. Hi. Ja, das stimmt. Schaut euch nochmal gegenseitig an. Hi. Ja, das stimmt. Wow. Sehr schön. Ich habe sonst auch so... Oder noch einmal einger zusammen? So. Wenn du willst, zeig mal ein bisschen in die Richtung. Genau. Okay. Goodie goodie. Ich habe immer noch so zwei Sonderen dabei. Oh Gott. Sondere stimmt gar nicht. Ja. Also zum Beispiel so ein Stil. Mhm. Oder so ein Pilotenlook. Ja. Ja. Das wäre sie. Ja, das wäre sie. Ja, das wäre sie. Ja. Meinst du so eine? Du kannst ruhig dazu kommen, wenn du bist. Ja. Wir machen so ein paar Fotos. Das ist jetzt eine Annika. Das ist jetzt nie der. Ich habe auch so eine. Ja, das ist doch was für dich. Das ist so eine. Da steht sogar gar nicht. Oder die? Weiß ich nicht. Was geht denn hier los? Ja, einfach Fotos machen. Wir machen so ein Fotoprojekt. Aha. Ich erkläre dir das leicht. Ja. Das wäre gut. Nimm die. Ja, ich denke mal die. Also mir steht das nicht. Aber das ist meine Wege. Dann haben wir einmal alle mit Sonnenbrille. Aha. Das ist nicht schöner, wenn das mit drauf ist. Ja, das ist gut. Ja, aber das Licht ist nicht so schön. Die Gesichter sind dann nicht so hübsch. Okay. Wir rühren noch ein bisschen weiter hier auf die Straße. Ja. Genau. Alle zusammen. Alles Gudi. Sehr schön. Ich kann alle so ein bisschen. Ja. Sehr schön. Und ich zähle mal bis drei und ihr macht so. Okay. Eins, zwei, drei. Sehr schön. Komm noch einer hier an. Okay. Sehr schön. Also ich kann euch mal zeigen. Das ist auch eine geile Kamera. Ja. 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 Ich kann auch ruhig noch mal eins einzeln machen mit Brille. Dann hat jeder noch mal ein einzelnes Bild. Ich muss nicht. Nee? Okay. Also ein bisschen selbstverliebt. Ja. Willst du die Brille oder diese? Ja, nix. Okay. Gibt es uns eine Karte oder so? Ja. Ich schicke euch die. Aber was ist denn der Sinn von diesem Projekt? Ich möchte mich als Fotograf weiter... Ach, deswegen. Okay. Komm ruhig noch näher hierher. Genau so. Ganz ruhig. Schauen wir in die Richtung. Ja. Ja. Okay. Entschuldigung. Eine falsche Tür ist. Ja. Sehr schön. Ja, nicht. So habe ich zwei Minuten. Ja, nicht. Ja. Entschuldigung. Ja, wir haben so eine weitere Anzahl. Genau. Ja, wir haben so eine Fluss. Nein, wir haben so eine Karte. Komm auch einmal rückgehe, ja. Noch ein bisschen hier. Ja genau, das. Schau auch mal in die Richtung. Und wie viel zu dir? Super. Sehr schön. Das ist ein sehr schönes Lächeln. Ganz gleich schön. Ja, ich wohne hier relativ in die Nähe schon. Da müssen wir hier drüber. Kennst du so drüber drüber? So, so, also so nicht. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein, nein. Immer, Feuer. Kommt ein wenig. Kommt ausfusціigern. Ich schoonste werden zu haltem. Kommt! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020